Ja hallo, mein Name ist Manuel Fritz, ich bin ein Betreiber von Jumpton Klagenfurt und ich zeige euch heute, wie das bei uns so abläuft. Wir sind im Jumpton Klagenfurt jetzt, wir haben hier insgesamt 13 Attraktionen, wir haben insgesamt über 60 verschiedene Trampoline, einen Ninja Warrior Parcours und einen großen Sprungturm. Trampolinspringen ist ein extrem gesunder Sport, man beansprucht alle Muskelgruppen gleichermaßen und 10 Minuten Trampolinspringen bringt gleich viel im Workout, auch als eine halbe Stunde Joggen oder eine Stunde Radfahren. Ja der Jumpton bietet jetzt eine perfekte Möglichkeit auch bei Schlechtwetter Sport zu machen, ist auch besonders wichtig für unsere Kinder, die jetzt eh in der schwierigen Corona-Zeit immer weniger Bewegung sind. gehabt haben, so bringen wir perfekt Spaß und Bewegung in Einklang. Kommt vorbei, es geht auch ohne elektronische Voranmeldung, ihr könnt euch einfach so vorbeikommen. Wir sind mitten in der Anderfeld-Kirnhallstraße in der Magazin-Gasse, sehr gut erreichbar aus allen Richtungen und haben für euch extra 140 Grad Parkplätze zur Verfügung gestellt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020